... und bevorzugenden anderen Schnitt. Fangen wir mal auf dem Kopf an. Jetzt sind die Haare ab und hinten ist es jetzt wirklich nur noch, ich weiß nicht, 3-4 cm ungewohnt. Der neue Schnitt, oben hat sie ihn gewagt, weiter unten ist er gewagt. Das wird so elegant klatschen, wie man das früher so in Europa gemacht hat. Hier ist alles festgeklebt, hinten ist alles zu. Franjo hat den Kleber ausgerechnet, der hält 3 Stunden und 30 Minuten. Wir schaffen das. Mutig bei einer dreistündigen Preisverleihung, eine Trente und, wie heißt es bei der Aftershock,